Sie sehen hier den McIntyre Refinery Conch. Das ist eine Maschine zur Herstellung von Schokoladen und Compoundmassen. Interessant ist die McIntyre für Schokoladenmanufakturen. Das Besondere an ihr ist, erstens, die sehr einfache Bedienung. Zweitens, sie ist kompakt und hat geringe Platzanforderungen. Und drittens, drei Prozessschritte sind in dieser einen Maschine vereint. Mischen, zerkleinern und conchieren. Die McIntyre Refinery Conch ist eine All-in-One-Lösung zur Herstellung von zum Beispiel Schokolade, Überzugsmasse, Pralinenfüllungen, Kuvertüre mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.